Hi Leute und herzlich willkommen wieder bei Frostrunner Part 2. Ich habe jetzt die Musik etwas leise gestellt, weil die war ja echt, naja es war schon etwas laut. Es tut mir so viel leid, ich nehme mir mit einem Programm auf, da wird alles in einem aufgenommen und man muss halt immer im Nachhinein hören, war das okay, damit man weiß wie es bei der zweiten Folge so ist. Ich hoffe wir können da weiterspielen, ja continue. Ich werde heute nur so 10 Minuten spielen, damit das nicht so lang dauert. Also lang dauert. Wir haben jetzt drei Viertel, gut, würde ich sagen 10 Minuten. So, left and, ah ja stimmt, habe ich aufgehört. Ich muss jetzt überlegen wie das jetzt ging. Genau so. Shwery dear. Und go. Und go. Ah, ich kann sogar, okay, ich gehe auch mal auf next level, ja, Hauptsache wir haben das geschafft. Ich tue jetzt flying to success, äh, getting airtime. Chain it together, press pace to start. Äh, 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 weitersprungen, weitersprungen. Oh, das schaffen wir schon irgendwie. Kurz, sehr schön, das hätten wir jetzt mal. Oh, jetzt heißt es wieder springen. Ja, ich hoffe, ich fliege jetzt... Nein, super. Oh, das wird jetzt echt knapp, ich schwöre dir. Ich muss mich da ein bisschen durchwursten. Down the middle, press, paste, down the middle, okay. Go. Go. Ja, bitte, ist kein Problem. Und das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich aus. Jawohl. Oho. Das hat jetzt sein müssen, I'm so sorry. Falling softly. Aber bevor ich jetzt weiter mache, guck ich, nehm ich auf. Ja, okay, alles klar, Ton ist da, gut. So, test. Falling softly, press, down the middle, weiter. Gut. Softly. Das war jetzt softly genug, ne? Bitte. Wutu. Eins, zwei, drei. Boah, das war so schwer. Wird's noch schwieriger? Zwei. Und drei. Perfekt. 20 Sekunden, wie manche 8 Sekunden sparen. Sparen. Up and over. Und go. What? Was? Ah, okay, so geht das. Mhm. Sehr schön. Nee. Muss ich da aufpassen, ne? Eins hab ich ja noch. Und go. Ja, sehr schön. Okay. Alles geschafft? Ja. War fucking schwer. Finish line. Okay, das war jetzt, das war jetzt. Das ist ganz so schwer. Oh, wie magst du das hier? Das ist ein Stackel da. Da ankommen. Wie manche 7 Sekunden sparen. Chain Reaction. Was? Ich bin fertig. Mehr gibt's da nicht. Huhuhu. Das ist aber echt schade. Credits. Ja, Leute. Das war jetzt die... Es gibt sogar Credits. Oder wie jetzt? Ja, das war Frostrunner. Jetzt... Ja, das ist die Credits. Oder... Ach so, da geht's ja weiter. Wusste ich ja gar nicht. Okay. Das war Frostrunner. Ich hoffe, dass in Zukunft mehrere Maps kommen. Oder so wie mittelschwer... Ah, leicht mittelschwer. Oder irgendwie so... Eine Eiswelt. So wie jetzt. Eine Eiswelt, eine Feuerwelt. Und so weiter. Ja, also Spiele sind noch... Ja, genau. Das hab ich jetzt ordentlich verkackt. So, eine Early CES Map. Eine Early CES Map. Ja, es ist ein Early CES Spiel. Und ich weiß nicht, warum ich da... Ah, da steht die ganze Credits. Ja, Level Design. Software Developer. Artist. Producer. Was haben wir da? Lead Level Designer. Lead Software Developer. Lead Artist. Game Designer. Frostrunner. Danke fürs Zusehen. War heute super, super, super kurz. Und vielleicht bin ich da irgendwelche... Vielleicht gibt es da Workshops. Das kommt in Zukunft auch sicher. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Und wir sehen uns dann... So.